Kits, deren Hobby es ist, in geschlossene Gruben zu kommen. Das kann kein Zufall sein, dass drei Personen auf dieselbe Art Gewohnheiten ändern. Hier geht es um was anderes. Eine merkwürdige Art von Vertrauen. Christi Gnade, Christi Gnade. Weil er nur ein unschuldiges, wehrloses Kind war. Ich will, dass sie uns hilft. Ach, das wird sie nie tun. Nein, kein Wunder, so wie du dich hier aufführst. Den kenne ich doch, diesen Blick. Sebastian Bergmann bereut irgendetwas. Sie wohnt nicht mehr hier, sie wohnt oben bei Gott. Naja, ich glaube nicht an Gott. Was sagt denn ihr Gewissen? Ich habe kein Gewissen. Unterliegen Nonnen der Schweigepflicht? Ja. Ich habe eine erwachsene Tochter, die nicht weiß, dass ich ihr Vater bin. Polizei, stehen bleib! Wenn ich sage, ich stehen bleibe, dann bleiben Sie stehen. Seid ab, nochmal! Haben Sie nicht mehr! Elle Anker, dänische Staatsbürgerin. Nathalie Anker hat sie gestern in Kopenhagen als vermisst gemeldet. Unsere Kollegen sind Ausland Werpen, Kriminalkommissarin Alicia Ferbeek. Sie wissen, wer ihre Tochter getötet hat. Schönen Tag.